Das sind unsere neuen Raupen. Die habe ich Montag im Hildner Stadtwald gesammelt und wenn alles gut geht, wären da Landkärtchen draus. Die sind noch relativ klein und müssen noch gut gefüttert werden. Ich hoffe, dass ich mich nicht in der Bestimmung vertan habe. Die sind so schwarz und haben ganz, ganz tolle Stacheln oben drauf. Ich gucke mal, ob ich irgendwann mal ein Foto machen kann, wenn sie ein bisschen größer sind. Es sind zwölf Stück. Mehr waren nicht da. Mal abwarten, was draus wird.